Welcome back, wir machen weiter. Mid-Horizon Zero Dawn, hier ist noch eine Quest. Nachtwächter geschreddert, wie Weißkohlen, hier im Steinbruch. Nachtwächter geschreddert, wie... Wie was? Steinkohlen. Fünf Männer ermordet? Wie? Weiß nicht. Einer war ein Kumpel von vor der Befreiung. Wir haben hier als Sklaven des verrückten Königs gearbeitet. Mein Freund, möge er ewig im Licht schreiten, konnte kämpfen. Wer das getan hat, muss trickreich gewesen sein. Was ist mit Maschinen? Eher nicht. Hier ist alles gut gesichert und Opfer von Grauhabichten sehen anders aus. Ja, wie wir. Kam dir hier irgendetwas seltsam oder ungewöhnlich vor? Oh, mal sehen. Oh ja, Leichenteile und das Blut. Verzeihung. Ich stehe unter Druck. Ich bin Mord nicht gewohnt. Nein, nichts Ungewöhnliches. Tja, außer, ähm, dass wir neulich ein bisschen gesprengt haben. Und Sarawath sagte, nein, das ist zu dämlich. Was genau hat Sarawath gesagt? Oh, gar nichts. Der brabbelte warst von einem Steinhaufen. Sagte er sei gestern noch nicht da gewesen. Ich sagte, dass dies ein Steinbruch ist. Wo Steine rücken nun mal dazu gehört. Da kommt es schon mal vor, dass man Steine bewegt, Trottel. Wäre ich mir aber nicht so sicher. Setzt ihr hier Sprengstoffe ein? Klar, wir müssen immer mal Felsgestein abtragen. Das machen wir etwa eine Woche pro Jahr. Aber das hat nichts mit den Toten zu tun. Sie wurden zerrissen und nicht gesprengt. Der ist zwar nicht freundlich, aber... Wenn du meinst, dass das hilft. Ach, wunderbar. Ich denke schon. Aber freundlich ist natürlich was anderes. Na, gucken, wo die Quest dazu ist. Da oben. Da gehen wir jetzt mal hin. Oh, ja, gucken, wo das war. Das ging alles runter. Nö, wir müssen nach da. Da geht's in Richtung Steinbruch, glaube ich. Ich glaube hier lang. Kurz gucken. Ja, wir laufen gerade genau in die Gegenrichtung. Hier muss ich einen Weg hochschlängeln. Da oben ist der Steinbruch. Hier auch nicht. Hier stehen aber so viele Leute rum. Da ist eine riesige Tür. Laufen wir einfach mal quer, Feldstein. Hoho. Da oben? Warum ist das schon wieder entmarkert? Da ist er. Jetzt sehe ich den auch. Keine Ahnung, warum das schon wieder entmarkert war. Ach, der ist da unten. Wie komme ich da runter? Ach, da. Oh, das ist schön. Ich bin froh, dass ich angehalten habe. Na komm. Keine Schwachheiten. 69 Meter. Da gehen wir auf den Steinbruch zu. Was ist denn das Grüne? Ach, das ist doch diese, dieses brennbare Zeug. Wo kommt dieser Steinhaufen her? Sieht aus wie eine Maschine. Ach, du Scheiße. Oh je, du bist wirklich groß, was? Ja. Und ich muss den besiegen. Ich renne es mal. Und ganz ohne Heilung. Wollt ihr mich verarschen? Renne doch! Ich hoffe, das war eine Scheiß-Idee. Erledige den Steinbrecher. Du bist wützig. Ja. Hallo? Wieso lasst du denn gehen? Können wir mal wieder in Gebiete gehen, für die wir high genug sind? Irgendwie habe ich das Gefühl, wir werden ja da unten. Hey, du bist wirklich groß, was? Wie soll ich denn den besiegen? Willst du mich verarschen? Du hast ja gar keine Chance. Ich werde jetzt mal safe. Ja, sieht gut aus. Toll, wir haben nichts zum Heilen. Warte mal, können wir irgendwas herstellen? Ah, das ist ja übel. Herstellen. Gesundheitstrank, ja. Klappt nicht. Genesungstrank. Reichhaltiges Fleisch brauchen wir dafür. Wollt ihr mich ja verarschen? Soll ich denn da zuschauen? Alter. Kann ich denn erstmal scannen? Wo ist der denn? Wo ist der denn? Der Hau den Gier ist wirklich glücklich. Wer ist dahin? Ja, ja, aber nicht mehr lange. Was jetzt passiert? Okay, das war so Schrott. Ey, wie soll ich den töten? Wollen die mich verarschen? Das ist jetzt wieder Kacke an dem Spiel. Sag mal, Arena-Kampf. Toll. Ja, und wir verpissen uns hier erstmal. Rennen! Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Was ist das denn? Okay, er sieht uns nicht. Können wir da nochmal entkommen? Was passiert, wenn man die Dinger trifft? Nix. Der Typ ist sofort da. Kann ich noch nie und nimmer besiegen. Kann ich noch nie und nimmer besiegen. Erstmal verschrecken. Ja, ist klar, da siehst du immer, wo ich bin. Verarsche ich mich doch. Willst du mich verarschen? Da ist ein Aufzug oder irgendwas. Kommen wir vielleicht wieder zurück. Ich bleib hier nicht, bin ich bescheuert. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Bezieht euer Idioten selber. Ich bin raus. So. Ich gucke, wie er klarkommt mit dem Idioten. Ich bin weg hier. Ich bin weg. Ja, ich bin weg. Ich bin weg. Aber, ich bin weg. Ich bin weg. So geht's ja, ein bisschen cheaten kann man den. Meine Güte ist der Angriff lustig. Kommt er wieder raus? Da holen. Müssen wir halt ein bisschen cheaten was sollst du machen? Warte mal Feuerpfeil. Wir machen dir noch nicht mal Schaden. Wir haben jetzt minimalen Schaden mit zwei Pfeilen gemacht. Die haben jetzt langsamer Reaktion gemacht. Aber da war ich auch nicht. Ist der für eine Anfeind der Hand. Der ist hier nicht der Anfeind. Und hier ist es nicht. Und hier ist er noch nicht zurück. Da ist er nicht sicher. Also das wird auf jeden Fall schon mal nix. Den kicken wir auch nicht mit Sprengrad. Den kicken wir den auch nicht. Kein Fall. Jetzt trifft er mich auch noch. Besuchen wir mal das Sprengungspfeil. Zumindest ein bisschen. Aber wie willst du den sonst kriegen? Mitten ins Ziel. Ja, ja, aber macht ja keinen Schaden. Klingt ja nix, wenn es keinen Schaden macht. Hat es Schaden gemacht? Nö. Wie lange willst du an dem kämpfen? Wir sind weder er stirbt oder ich sterbe. Ich habe da schon ein bisschen mehr verloren. Sorry Leute, ich habe keine Ahnung, wie ich ihn sonst kriegen soll. Der killt mich ja sofort. Wieder Teile abgeschleudert. Vielleicht macht der doch mehr Schaden. Mal gucken wir mal den. Na, wo kommst du raus? Na, wo kommst du raus? Du oder ich meinen Freunden. Da hinten will er hin. Das sehe ich ihn ja gar nicht. Auch geil. Nein! What the fuck? Wieso springt die denn da runter, die bekloppte Kuh? Boah, das ist so ein richtiger Lustkiller, ey. Ich würde da in der nächsten Folge einfach mal so lange machen, ein bisschen fast besiegt, aber dann schade ich mich wieder rein, weil das bringt euch ja nix, wenn ich die ganze Zeit umcheaten würde. Das bringt nix. Oh je, du bist wirklich groß, was? Oh, jetzt müssen wir uns wieder rausrennen hier. Woran ist der Ausgang? Dahinten. Raus hier, raus hier, raus hier, raus hier. So, jetzt geht der ganze Scheiß von vorne los. Oder gibt's hier oben einen Trick, warte mal. Das kann doch nicht ernst gemeint sein, dass man den wirklich killen muss. Du hast aber keine Chance, du kannst ihn nur so killen. So, wo ist der Penner? Da kommt er. Da kommt er nicht. Der kommt ganz an der Wand hinten raus, hier, Freunde. Okay, er behält wenigstens den Schaden, der da schon hat. Oder hab ich ihn gerade schon gemacht, das kann ja nicht sein. Okay. da bin ich nicht da bin ich nicht Machen wir ihm Schaden, wenn wir noch nicht mal die Hälfte runter haben. Das war nochmal ein fetter Schlag. Okay, das war daneben. Sonst können wir noch kurz Pfeile nachmachen. Wie hört er denn jetzt? Ja gut, wir kommen langsam ruhig um Hälfte. Wow. Okay. So, mein Freund. Ich dachte, das ist eine schöne Quest mit Spuren lesen und so, aber nein. Oh, nein. Dann sehen wir, wer länger Atem hat. Da kommt er raus. Weg, 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 weg. Wir müssen sehen, dass wir die Teile treffen, dann machen wir mehr Schaden. Nutzt alles nichts. Da ist er. Okay. Komm, mein Freund. Ach, was macht ich denn? Ich muss auch treffen. Ja, es geht zum Ende zu. Weg, 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 da. Und auch nicht runterfliegen, bitte. Ach, nicht weiter schießen, es bringt doch nichts. Ja, okay, so. Pfeile aber noch genug. Wo ist denn jetzt der Bastard? Da kommt er. Gar nicht gebrochen. Der hat jetzt nicht resettet. Der hat jetzt nicht resettet. Nein. Nein. Renn hoch. Oh, renn hoch. Kloppt er. Wieso springt denn die Alte da runter? Ist die doof? Mann, ey. Weg da, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Alles okay, du kannst. Gerne. Okay. Die Hälfte hat er schon weg. Hat aber vor ein paar Minuten auch schon was. Wahrscheinlich gibt es eine viel einfache Methode. Aber die haben wir noch nicht gefunden. Ich hab so das Gefühl, da geht gar nicht mehr runter. Versuch mal die nochmal. Können wir nicht mehr herstellen. Okay. Na, wo kommst du denn da? 75, das war schon ein bisschen besser. Warum schießt die denn diesmal nicht? Ich hab doch noch drei Pfeile. Ja, jetzt geht's auf jeden Fall zu Ende mit ihm. Die kleine Munition. Oh, nein. So. Bringt denn Feuerpfeile was? Wir messen mal die Feuerpfeile aus. Alles gut. Alles gut. Ah, ist der da hinten? Wo kommt der raus? Wo? So. Mal nehmen wir die nochmal. Wo? 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 Jetzt killt wirklich nicht mehr 4. Das ist schon ein bisschen was aber. Hat auch noch mal einen mitgegeben. Aber anders geht es nicht also geht schon anders aber. Man sieht ja auch nicht wie viele Lebenspunkte der hat ne also man sieht immer nur. Der ist da unten. Gut, dann würde ich sagen, Freunde, ich beende die Folge. Und wer dann fast dauten ist, mit der nächsten Folge melde ich mich wieder, wenn wir so weit kommen. In diesem Sinne, ciao und haut rein.